Denn in dieser Nacht, so prophezeien die Priester, soll sich das Los der glücklichen Insel erfüllen. Und das Schicksal Hawais liegt in der Hand Lilotarus. Wenn er die Prinzessin Laia heiraten würde, dann würde alles gut. Sie sind nämlich schon seit Kindertagen einander versprochen und haben sich damals ewige Liebe geschworen. Musik Musik Und dann musste sie das Land verlassen. Aber man hat mir eine Nachricht zukommen lassen. Heute Nacht, wenn die Wunderblüte der Paloma-Rose aufgeht, wird Laia bei euch sein. Gebt die Nachricht von Insel zu Insel. Sammelt alle Blüten. Laia ist zurückgekehrt. Die Sonne leuchtet wieder auf Hawaii. Musik Musik Schöne Blüte von Hawaii Mein Herz ist ewig da. Musik Musik Musik